Wow! Oh mein Gott! Oh, das Level First Try geschafft! Was? Was? Was war das? Das kannst du keinem Menschen erzählen, was das gerade passiert ist. Ungeheuer guten Tag mit euch und willkommen zu Give Up! Ein Spiel von Armored Games. Das ist so ein Flash-Game, das habe ich bei Zombie gesehen und das habe ich bei Mordado gesehen. Also Mordado hat es auf Twitter gepostet und Zombie hat es dann auch einmal Let's Played, falls ihr jetzt einmal da gucken wollt, schaut bei Zombie vorbei. Heute spielen wir etwas zusammen mit Dena. Hallo Dena! Der ist nämlich heute aus dem Urlaub wieder zurückgekommen. Wir haben uns überlegt, was können wir für ein fieses Spiel spielen. Ja, was können wir für ein fieses Spiel spielen. Das ist nämlich ein mega gemeines Spiel. Ich hätte auf solche Spiele, also ihr werdet gleich sehen was es ist, öfters Bock und ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was für Spiele jeder kennt, die man zusammen spielen kann. Es gibt noch dieses Unfair Mario und es gibt noch richtig viele von. Die finde ich super cool, weil es macht einfach Wie nennt man diese Spiele? Rage-Games? Keine Ahnung. Rage-Flash-Blah-Games. Wir machen es so, immer wenn wir sterben, dann wechseln wir uns ab. Okay. Wir haben jetzt die Kamera hier unten hingepackt, weil damit nichts vom Spiel blockiert wird. In dem Spiel ist das Ziel des Spiels immer weiter zu kommen in die nächste Tür und wenn es irgendwann zu schwer wird, kann man auf den Knopf drücken Give Up. Ja, dann hat man aufgegeben. Und dann ist alles vorbei. Du musst halt überlegen, dass jeder Tod... Du darfst halt nicht aufgeben. Du musst halt überlegen, dass jeder Tod dir unsägliche Schmerzen zufügt. Wenn du wirklich so oft stirbst... Wo tut das genau weh? Richtig im Kopf und auch im Pipi-Mann. Oh nein! Worauf habe ich mich hier eingelassen. Scheiße! Richtig schlimm. Darauf bin ich nicht vorbereitet. Ich bin noch ein bisschen so im Urlaubsfeeling. Auf jeden Fall die ersten Level, wie ihr seht... Oh, ich fäll hier direkt mal. Die ersten Level... Ich drücke jetzt einfach auf Give Up. Die ersten Level, die ihr seht, sind super einfach. Es kann man auch gar nicht sterben. Später kommen halt so Stacheln und Kanonen und alles dazu. Oh, jetzt geht's los. Ab jetzt kann man sterben. Wenn ich jetzt sterbe... Wir sind das blaue Menschen hier und wir wollen immer... Ach so, ich dachte immer, wir sind diese Kugel da oben. Nee, so sieht das aus. Sooo... Ah, jetzt macht alles einen Sinn. Ja, ich dachte immer, wir sind die Kugel da oben. So nicht. Oh! Oh! Oh, das war schon... Ja, ja. Langsam geht's los. Okay. Du kannst die ganzen einfachen Level machen. Du musst gleich anfangen einfach. Und krieg gar nichts hin. Oh, ich bin tot! Oh! Okay. Soll ich das Mikrofon ein bisschen so machen? Wie du möchtest. Wow! Wie macht man Doppelsprung mit so? Genau, zwei Mal We-Testen. Oh mein Gott! Oh! Du könntest nicht in den Leichten, da willst du ein bisschen einspielen. Ja, ich kann mich einspielen. Du jetzt nicht. Oh! Der war knapp! Der rutscht immer ein bisschen. Der rutscht. Ja, das ist das Schwierige an dem Spiel. Ah! Ich bin tot. Nein! Warte, ich renne nochmal kurz ein. Dann kannst du von vorne anfangen. Ah! Nein! Verdammt! Du bist zweimal gestorben. Ich bin jetzt. Oh Gott, du bist... Ey, das ist ein richtig einfaches Level. Aber wir sterben jetzt schon die ganze Zeit. Weißt du warum? Weil man nicht immer dieses Gefühl hat, man kann immer weitermachen, sondern immer wieder wechseln. Dann muss man ja von vorne anfangen. Das ist voll schlimm. Naaaah! Na ja, auch immer nochmal neu zu springen. Hör auf, du hast schon wieder zweimal getötet. Da steht auch unten unsere Devs. Achtmal sind wir schon gestorben. Scheiße. Achtmal sind wir schon gestorben. Ok. Werdener denkt sich erst mal eskaliert die Situation? Nein! Wir sind so gut. Oh! Oh! Jetzt pass auf, jetzt zeig ich dir. Jetzt zeig ich dir, wie es ist. Ok? Na? Oh man, da rutscht immer so scheiße. Oh man! Ich bin schon elfmal gestorben. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was denkt ihr, wie oft wir sterben werden, bevor wir aufgeben. Ich denke nicht, dass wir das Spiel zusammen durchkriegen. Wie viele Level gibt das? Da unten, wir haben 20% der Level geschafft. Oh, scheiße. Aber die ersten Level waren ja auch sehr schnell. Wenn jetzt jedes Level so ist, dann gibt es... Ich glaube, jedes Level ist 1%. Ich glaube, es gibt 100 Level, kann sein. Nee, kann nicht sein. Kann nicht sein. Kann nicht sein. Nein, Andrilo. Merde. Oh! 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 Das ist aber ziemlich merkwürdig gesprungen, mein Lieber. Oh, nein. Jetzt so! Oh! Den hat es geschafft tatsächlich. Mal gucken, ob du das nächste Level auch schaffst. Da stehen auch immer oben Tipps. Maybe you should go outside and play soccer while you're stuck. Voll die guten Tipps. Du sollst lieber Fußball spielen. Ey! Spass, die geh hoch da! Ha, der kann gar nicht hoch? Oh. Das Auge beobachtet mich da um, ne? Ich glaube, wenn du leicht auf die Knappe drückst, dann springt der genauso hoch. Nein, das ist wie mit einer Fernbedienung. Wenn ich nicht mehr geht, musst du fest drauf drücken. Oh! Wie soll das denn gehen? Einen Sprung nur. Oh! Oh, Dena! Oh! Oh, wenn du das schaffst. Mach direkt an dem Anlauf und spring direkt auf den Sprung in die Tür. Wehe, das funktioniert nicht. Das schaffst du! Oh, wenn das jetzt nicht funktioniert! Komm schon! Oh! Das ist geschafft! Oh, mein Feier! Hey, wieso kommt das selbe Level nochmal? Das ist nicht das Level Level. Guck mal, da sind jetzt Stacheln und da ist eine Kanone. Oh! Okay. Oh, die Kanone schießt Sachen. Boah, ey. Voll die fiese, ey. Aber hier ist jetzt keine Stacheln. Hier! Oh! Was?! Wie soll ich denn den Ding ausweichen, bitte? Oh! Wie soll das denn gehen? Ja. Das muss man herausfinden, dass der Sinn nicht passt. Guck mal! Tchkua! Tchkua! Uh! War wohl nix! Spaß dir! Oh! Hä? Uh! Oh! Oh! Weil der schießt so schnell! Ja, erst mal da hochkommen, genau. Ja! Oh! 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 geschafft. Wie schlecht. Oh Mann. Nein, oh Mann. Sieht schon so gut aus. Ja, ja. Ich sitze da und lese AGBs. Verrückt, Simon. Verrücktes Huhn. Okay. Sieht immer gleich aus, aber es sind Unterschiede. Es ist noch eine zweite, wenn Nona zukommt. Ja, ja, ich sehe das. Also immer fieser wird das eigentlich auch. Wow. Oh mein Gott. Oh, das Level First Try geschafft. Was? Was war das? Das kannst du keinem Menschen erzählen, was das gerade passiert ist. Doch, er hat es genau so kommen sehen. Er hat es kommen sehen? Ist der denn gescheuert? Nein. Oh, du bist doch mal. Ist doch eine Kanone da. Oh, verdammt. Herr, wieso? Wow. Was? Ich bin. Oh, du bist. Man darf sich nicht bewegen. Nein. Oh, ich bin. Oh, jetzt aber schnell. Und gibst du schon Aufdehner? Der war nicht schlecht, oder? Ja. Oh, nein. Ich bin. Du bist. Ich bin. Du bist. Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Wie ist das? Hä? Wir sind in einer Enddurchschleife gefahren. Oh, weil der jetzt bekommen hätte. Aber nein. Aber. Kopf. Also wir haben jetzt 6,30 Kills wegen dieser Scheißaktion da gerade. Nein! Ich bin. Oh. Oh mein Gott. Überlebt. Das ist mega schwer hier. Komm. Nein! Nein, nein. Schnell. Wir kriegen auch mehr Tode. Wir kriegen auch mehr Tode. Nein. Okay. Ich bin doch mit rechts, ne? Ist auch mit links ungewohnt, ne? Ja. Oh, Mann. Oh. Oh. Darf ich das draufschauen? Der Anfang, der ist irgendwie so kacke, weißt du? Ja, ja. In dem Level. Nein. Nein. Das ist richtig schwer, wenn man da so weiterkommen muss. 55 Deaths. Na ja. Das ist eine Zahl, das stimmt nicht so. Hallo. Nein! Du hast geschaut. Du hast geschaut. Ich bin. Oh, Mann. Tatsächlich nochmal. Eben hier mein Mikrofon auch mal wieder hier ein bisschen mehr zu mir. So. Okay, Leute. Hilfe. Jetzt kann man mich gar nicht mehr sehen, Simon. Oh. 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 Oh mein. Oh mein Gott. Hast du das gesehen? Wow. Ja, das war gut. Oh. Ich habe es einfach geschafft. Für das Striders Level. Und da waren überall Kanonen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Oh. Oh. Aha. Alter. Das ist immer schwerer. Warte. Ich gehe mal kurz hin. So. Du bist. Ich habe dich schon mal für eine sichere Position gebracht. Ich danke dir. Uah. Aber du bist gar nicht mal so schlecht wie ich gedacht. Oh. Du bist gar nicht mal so schlecht wie ich gedacht. Oh. Das war aber echt nicht. Das war ich nicht. Ja, ich habe im Flugzeug die ganze Zeit das gespielt. Ja, ja. Das war echt. Das ist der Trick. Oh nein. Oh. Oh. Was? Das war perfekt eigentlich. Ja, ja. Das war der Mega-Move. Das war der Mega-Move. Na, hast du gut gemacht. Nein. Oh. Das ist mir schon vorhin passiert an der Stelle. Oh. Ja. Ja. Bis man da ist. Oh. Oh. Aua. Oh. Oh. Okay. Lass mich in Ruhe. Spaz die alle an. Ups. Huah, Babi. Jura, am Mann. Ruhe. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Ja. Ja. 4 aus 5 Doktor würde ich an diesem Punkt gewinnen. Oh. Das Ding fällt runter wenn du da mal drauf hast. Wow. Oh. Oh. Shit. Oh. Shit. Oh. Das war ganz knapp. Ganz knapp. Ganz knapp. Ganz knapp. Ganz knapp. Aber jetzt mache ich das Ding. Ich hole das Ding nach Hause. Oh nein. Da war eine Decke mit Stacheln. Ja. Das sollte man jetzt nicht verbauen. Irgendwann muss man ja auch von uns aufgeben. Irgendwann muss man aufgeben. Ich geb ihn nicht. Ja. Du bist immer noch dran. Ich bin einfach immer weiter. Oh. Was. Ganz schön viel Blut hier ey. Das ist nicht für Kinder. Schaltet lieber weg wenn ihr Kinder seid. Bitte schaltet ab. Oh. Ne. Ey. Das war knapp. Das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Oh. Leute. Leute. Guck mal. Wir waren eben bei 20%. Oh. Wir waren eben bei 20%. Jetzt sind wir bei 40%. Ja. Ja. Wir kommen voran. Also die Hälfte können wir vielleicht schaffen. Für heute ist unser Ziel die Hälfte Leute. Vielleicht machen wir das. Wow. 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 Nein. Du hättest einfach weiter drücken müssen ne. Du hättest einfach weiter drücken müssen. Ja. Oh yes. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Und jetzt pass auf. Jetzt mache ich keinen Kindergeburtstag mehr. Jetzt geht's hier richtig ab. Oha. 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 Wenn du den beim ersten Mal schaffst dann denk ich. Achso. Das war direkt vor mir. In meinem Kopf hab ich das direkt gesehen. In meinem Kopf drin. Direkt beim ersten Mal geschafft. Sehr gut. Ich hab gesagt ich mache kein Kindergeburtstag mehr. Nein. Du bist. Ich hab's gesehen. Es ist. Oha. Ohau. Wir haben ja schön in die Scheiße gerettet in dem Morgen. Schießen alle auf mich. Oh. Das war voll gut. Oh du bist. Dann verdammt! Alter, das ist richtig... Ist das überhaupt menschenfreundlich? Warum setzt der Tierschutz nicht dafür ein, dass solche Levels nicht mehr existieren? Der Schutz der blauen Männchen. Nein! Wo ist der Schutz der blauen Männchen? Das ist eine schwere Scheiße. Oha! What?! Ich hab überhaupt nicht gesehen, wovon der Schuss kam! Der ist wie ein Klavierspieler, er spielt. Oh, was denn?! Lass mich alle in Ruhe, okay? Okay? Ok, ok! Wenn wir das Level noch schaffen, Dena, dann haben wir, es gibt 50 Level übrigens, es gibt jedes Level 5 Prozent. Ne, dann gibt es 20 Level, oder? Ne, es gibt 20 Level. Oh, Simon! Oh ja, ganz hoch, ganz hoch, ganz hoch, ganz hoch, ganz hoch. Aber jetzt kommt die! Die Kanone, du musst immer drüber schwimmen. Fuck, jetzt! Das ist ja mega geil. Dena, bitte schaffst du das. Oh, Dena gibt alles. Dena gibt alles. Ah! Jetzt rein, rein! Ja, du hast es geschafft! Ich bin dran! Ach, du bist dran! Los! Ich bin komplett verdrängt, du hast ja kein Stückchen nach da. Aua, aua! Wieso will ich das schaffen? Du guckst so am Mikrofon vorbei, soll ich es runter machen? Ich bin ja fast die ganze Zeit, wo ich so ein tausendmal gestorben bin. Wir haben auch keine 50 Prozent geschafft. Ey, auf einmal nur 47 Prozent, das Spiel verarscht ein ohne Ende. Das Spiel verarscht. Ich bin verarscht, ey. Oh nein! Oh nein! Ich komm hier nicht mehr an! Die erste Stelle vorbei, gut. Oh, oh, oh! Und immer so eine schnelle Kanone, oooh! Ich glaube, am Ende gibt es nur noch die schnellen Kanonen überall. Ich glaube, am Ende gibt es nur noch Denas Köpfe. Und der sagt dann, nuke, nuke, nuke. Okay, jetzt geht's um Alles? Oh das waren 2 die auf mich geschossen Ja ja, es wird immer heftiger Immer Oha, okay Hast du verkackt? Ja Haha Haha Au Okay, ganz ruhig Oh Ich wollte sagen, hier ist man sicher, aber nein. Tschüss, tschüss, tschüss. Wir sind scheiße, Dena. Du bist scheiße. Ich glaube, das Level ist unser Ende. Nee, ich hatte es fast geschafft. Wir wollten 50% schaffen und jetzt hängen wir bei 47. Mann. Aua. Scheiße. Ich habe überhaupt kein Mikrofon mehr. Den hat einfach alles geklaut. Mann. Verdammt. Aua. Das, oh. Ich wollte gerade sagen, es geht nicht mehr, aber es, fuck, okay. Eins geht noch, eins, 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 eins. Versuch's da unten durch, versuch's da unten durch. Oh nein, ich kann es noch schaffen. Oh, man kann das schaffen. Man kann das echt schaffen. Ja, ja. Aber es ist oben leichter. Ah, ich hasse mein Leben. Dena, gib alles. Wir müssen 50% schaffen, komm. Da haben wir schon mal viel bewirkt. Immer diese kurze Hoffnung in deinen Augen. Ja, nein. Ja, nein. Hä? Warum sterbe ich denn trotzdem? Hä? Hä? Ich könnte dezent kötzeln. Ah, Gottes Willen. Oh mein Gott. Wow. Oh, ich schaff's. Mann, ich schaff's nicht. Ach so, einfach an die Wand ran, dann ist man sicher. Ja, ja. Oh, dann musst du schnell unten weg. Nee, bist du immer sicher. Und jetzt muss er einfach mal schnell sein. Oh. Ich bin zu weit gesprungen, ich behinderte. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Fuck. Bleib. Diese Kanone wollte mich verarschen. Warum macht die denn sowas, verstehe ich nicht. Ich verstehe es auch nicht. Kann sowas einfach nicht nachvollziehen. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Oh. Der Untergang wird kommen. Die eine Kanone hat von dir abgelassen. Yes. Und ich bin nicht mehr nicht bin. 50%. Wir haben die Hälfte geschafft. Oha, der Scheiß Laser, uah, der macht Laser, aber ab jetzt kommen Laser, ab jetzt kommen Laser, das ist gemein, man darf das nicht, man darf das nicht berühren, das Scheiß Ding, wenn man, wow, hä, Leute, ich würde einfach sagen, in Anbetracht dessen, dass wir jetzt 50% geschafft haben, das ist die Hälfte von diesem Spiel, wenn ihr die andere Folge sehen wollt, machen wir in der Folge 2 draus und dann machen wir die letzten 50, weil ich glaube, bis wir beide das zusammen geschafft haben, dauert es 40 Minuten. Hä, ich schaff das doch locker flockig. Er schafft es einfach, in der Zeit, wo ich laber. Ja, aber ich kann das Spiel, ey, das ist mein Lieblingsspiel, Lieblingsspiel, wow, 52% die Billion, yes. Hä, wie kommt man denn da an dem Laser vorbei? Tja, ha, das ist halt Vorsprung durch Technik. Achso, er hört auch mal an, aha, ich mach eine, einen doch. Ich hab's gerade verkackt. Ich war weiter als du. Ja, den hat's geschafft, den hat's weiter. Hä, der Laser hat dich getötet? Ja, ich hab Hex. Ne, hör auf mit den Hex. Hör auf, hör auf damit. Ich wollte aber sagen, ich wollte aber sagen, dass wir die, dass wir das, dass, falls ihr den zweiten Teil sehen wollt, dann, dann machen wir jetzt einfach, stoppen das, landen das Video erst hoch, weil sonst ist es einfach zu lang. Oh, wie gemein. Nein. Aber was auf, jetzt mach ich den Übermove. Hast du den Move gesehen? Oh, hab ich gesehen. Mit Ankündigung. Mit Ankündigung. Oh, der Laser ist da oben richtig böse. Der kommt jetzt gleich zu mir, was auf. Was auf, der Laser ist richtig asozial. Da ist ein richtiger Hurensohn, der Laser. Hurensohn. Solche Laser mag ich ja überhaupt nicht, ne? Ah, yes. Dann haben wir beide noch ein Level danach geschafft. Warte auf, zum Beispiel den Übermove. Warte auf, mach ich den Übermove. Ah, mach ich einmal. Ja, der war gut, der Übermove. Ja, ja. Ohoho. Oha, pass auf. Ne, geil. Wir sind auf jeden Fall weit gekommen. Das ist die Tatsache. Wir haben 55% done, ja. Wir haben nur noch, wir haben weniger als die Hälfte vor uns. Das würde ich in der zweiten Folge verpacken. Wenn ihr Bock habt, dann lasst eine Wertung da. Schau doch bei denen vorbei. Der hat heute die neunte Folge unserer Adventure-App. Gerade früh aus dem Urlaub. Und ja, ansonsten, heute Abend ist es umgeschlagen. Ich muss jetzt gleich Katie zum Bahnhof bringen. Deswegen können wir jetzt auch nicht mehr die letzten 45% machen. Weil ich muss gleich Katie zum Bahnhof machen. Ich muss das Video noch hochladen. Es ist nämlich jetzt halb 5 und Katie muss um 5 Uhr dahin. I see that. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Dann bis heute Abend. Schaut rein und tschüss. Tschüss.